Servus und Willkommen zu einem neuen Video hier bei BF Sports. Ihr habt es schon gesehen, eine legendäre Fundkarte hier in der Champions League Edition von Benne Haib, Nr. 10 und Kapitän vom FC 08 Villingen und ihm mit Rat und Tat zur Seite wird heute Patrick stehen, auch ein Neuzugang heute wieder und wir werden sagen, wir fangen direkt an hier mit den Werten bei FIFA 19. Wie würde es aussehen? Dann würden wir noch direkt anfangen mit dem Wert Pace, nämlich Schnelligkeit und Sprint. Was meint ihr dazu für den Wert bei Benne? Ich schätze ich ein, Benne. Wenigen Stärken, würde ich sagen. Das denkst du. Ich korrigiere dich dann. 80, 35. Ohne Ball geradeaus, dann schon okay. 85. 85, okay, dann fragen wir das doch direkt ein. Auf jeden Fall ein guter Wert zu Beginn, würde ich sagen. Als nächstes hätten wir dann Schuss. Wie sieht es da aus? Da zählt natürlich Abschluss rein, als wichtigster Wert. Schusskraft oder Weitschüsse. Links oder rechts? Mit oder ohne Knie? Oder. Hauptsache Wallis haben wir nicht drin. Abschluss oder Weitschüsse. Wie sieht es da aus? Dann machen wir ja die Kurze. Wenn ich weit in 16 und drin bin. Dann. Ob das als Weitschuss zählt? Dann haben wir natürlich noch Wallis. Das spielt auch nicht rein. Ja, da ist er ganz weit vorne. Da haben wir Traumtore natürlich. Ja, da haben wir das selbe, oder? Ja, 85. Mit viel Goodwill. Mit Rückenwind. Ah ja, genau. In einem guten Tagessprung. Dann haben wir den nächsten Wert. Nämlich Pass in dem Fall. Also Übersicht, Flanken oder Kurzpass. Wie sieht es da vielleicht aus? Passt ins Aus. Passt ins Aus, ne? Aber hier ist schon ein bisschen weniger, würde ich jetzt sagen. Bisschen weniger? Ja. Ja, dann machen wir 80. Bisschen weniger, 80. Bisschen weniger. Okay, oder? Das ist eine legendäre Karte, der mit 70 gelebt hat. Ja, die ist auch gelaufen. Ja, eben. Ja, jedenfalls. Dann haben wir den nächsten Wert. Dribbling, Beweglichkeit, Balance oder Dribbling an sich? Oh. Ja, gut. Nach seinem Zidane-Trick jetzt am Wochenende müssen wir da schon ein bisschen länger gehen. Okay, wir gehen mal 20 hoch auf 70. Okay, dann machen wir 70. Aber das ist aber auch gut. Aber das absolute Maximum. Das ist möglich. Sieht auch auf jeden Fall gut aus, würde ich sagen. Dann jetzt nicht eher die Hauptaufgabe direkt. Defensivarbeit, Abfangen, Kopfball, Tacklings. Wie sieht es da aus? Ah, Kopfball. Kopfball kann er eigentlich. Kopfball kann er eigentlich. Aber mit dem Rest ist es. Geht. Das machen wir. Keine Ahnung. Was hast du gehabt? Was hast du gehabt? Was hast du gehabt? 85. Nicht ganz. Ja, knapp. 70. So was, ja. 70. Aber nur wegen Kopfball. Wir können auch nicht zu niedrig machen, weil der Pornos Selbstbewusstsein ist. Ja, eben. Absolut richtig. Dann haben wir noch den letzten Wert. Physical in dem Fall. Sprungkraft, Ausdauer, Stärke, Aggressivität. Was kann man da sagen? Die Frage ist formabhängig. Kommt drauf an, oder? Ja, weil ich brauche noch mal Arzt. Ja, ich brauche noch mal Arzt. Das ist ja auch gut besser, oder? Ja. Auch ein 80er. Auch ein 80er. Ja, ein 80er. Ja. Die drohe wieder nach der Startkarte. Okay, dann haben wir die Nebensitzer erwischt euch. Wenn ihr jetzt morgen keinen Tor macht, dann müssen wir die Werte echt machen. Drastisch senken. Alles klar. Super. Dann haben wir noch hier wieder eine weitere Superkarte von Bene in dem Fall. Und ich sage danke für das Einschalten. Macht's gut. Ciao. Danke. Ciao. Ich hoffe, das heutige Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wollt ihr in Zukunft kein Video mehr verpassen? Würde ich mich auch über ein Abo sehr freuen. BlackFrost Sports gibt es übrigens auch bei Facebook und Instagram. Schaut auch gerne dort mal vorbei. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und Ciao.